Einen wunderschönen guten Tag, liebe Träger und herzlich willkommen zu einem Video das GBI in der Index-Sektion der Formations-Träger. Heute ist Donnerstag, der 14. November 2019 und Überschrift heute, die Reichen und die Schönen wetten auf den Crash. Und damit ist eins schon mal erwiesen, ich bin entweder nicht reich oder nicht schön, denn ich wette nicht auf den Crash. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr denn auf den Crash setzt oder ihr auf steigende Kurse setzt oder ob ihr an der Seitenlinie bleibt. Wir sind ja, was den Markt angeht, extrem bullisch. Seit 12.600, sage ich euch, der DAX macht neues Allzeithoch. Wir sind da auf dem besten Wege dahin. Aber erst wollen wir uns angucken, warum die Reichen das Geld horten und nicht in die Börse bringen. Erstens. Zweitens, wie bewerte ich diese Studie? Drittens, warum der Kleinanleger immer beim Wort Crash hellhörig wird und gerne auf die Crash-Propheten reinfällt. Und last but not least, warum meine Meinung ist, dass der Crash nicht wahrscheinlich ist. Also, in dieser Studie wurden 3.400 Menschen befragt, die mindestens eine Summe von 1 Million Euro US-Dollar investiert haben im Aktienmarkt. Und die sagen folgendes, 25% der gesamten Asset-Klasse ist bereits Cash. 62% überlegen, ob sie eine Diversifikation durchführen wollen. Das heißt, das Geld in andere Asset-Klassen rüberbringen. 60% denken darüber nach, ihren Cash-Bestand zu vergrößern. 80% glauben an eine deutliche Zunahme der Volatilität. Deutliche Zunahme der Volatilität bedeutet Angst. Bedeutet in der Regel, dass Kurse zurückkommen. 55% glauben sogar an einen signifikanten Kursrückgang bis Ende 2020. Ich deute das zum Beispiel 25% bis 30% Minimum. Jetzt muss man Folgendes dazu wissen. Diese Studie wurde auch schon im Mai publiziert. Und während jetzt aktuell 25% der Assets Cash sind, waren im Mai 33% Cash-Quote. Und langfristig sind diese Investoren, wenn man sie auf die nächsten 10 Jahre befragt, absolut optimistisch, was ihre Investitionen angeht. Nämlich 70% im weltweiten Durchschnitt glauben, dass ihre Investitionen sich lohnen werden. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn kurzfristig? Was ist denn jetzt? Was ist denn bis 2020? Ich persönlich finde, auch wenn sie auf Bloomberg publiziert wurde, für die absolute Tonne. Denn dass jemand reich ist, bedeutet ja nicht, dass er gut investieren kann oder kurzfristig traden kann oder den Markt kurzfristig beurteilen kann. Ich kann zum Beispiel reich sein, weil ich ein Chirurg bin. Und als erfolgreicher Chirurg habe ich eine Million angehäuft und habe das an die Börse gebracht. Das heißt aber nicht, dass ich das an der Börse gut kann. Es kann sein, dass ich ein erfolgreicher Unternehmer bin. Das heißt aber nicht, dass ich gut an der Börse investieren kann. Es kann sein, dass ich das Geld geerbt habe. Also wenn die Studie wäre, sagen wir zum Beispiel Investoren mit einem Kapital von mindestens 50.000 Dollar, die eine jährliche Performance im Durchschnitt in den letzten 15 Jahren gemacht haben von 15%, glauben an einen Crash. Würde ich sagen, das lassen wir nochmal genauer angucken. Oder wenn da stehen würde zum Beispiel erfolgreiche Trader mit einer Performance von 20% per anno in den letzten drei Jahren, glauben an einen Crash. Dann würde ich sagen, oh, lass mal gucken. Also nur, dass jemand Geld hat, heißt ja nicht, dass das von der Börse etwas versteht. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es so, dass denn der Kleinanleger das Wort Crash hört, immer sofort hellhörig wird. Und vor allen Dingen, warum glauben die Kleinanleger immer auf diese Crash-Propheten? Oder glauben denen. Also ich erinnere mich an das Jahr 2011, da war ich auf der Invest und da gab es, da war es so die Hochphase der Goldmädchen und der, wie heißen sie, Platin-Opas und so weiter. Und die haben dann den Leuten gesagt, man muss sein ganzes Geld nehmen und das ganze Geld in die Edelmetalle stecken. Puh, also da wurde mir damals schon ganz anders, als es gehört hat. Also wenn jemand zu mir sagen würde, ich muss mein ganzes Geld in Cash stecken, würde mir schon anders. Also wenn man sagt, ich muss mein ganzes Geld in Immobilien stecken, dann würde ich auch denken, also so. Aber die Welt geht ja unter, deswegen muss man sein ganzes Geld in Edelmetalle stecken. Das war so, davon haben sehr viele Menschen damals ihr Geld verdient. Jetzt verteilen sie irgendwelche anderen Verschwörungstheorien und müssen ihr Geld verdienen. Oder ein anderes Beispiel, im Jahr 2016, da hatten wir zwei, drei Jahre eine Seitwärtskonsolidierung, nachdem der US-Markt von 2010 bis 2014 angestiegen war. So, und diese Konsolidierung wurde technisch bullisch aufgelöst. Der Markt setzt da drauf und löst es bullisch auf. So, dazu kam, dass ein absoluter Wachstumsschub in den USA kam. Das ist der Dow Jones Index Chart. Also technisch war es bullisch und fundamental war es bullisch. Und während wir das ganze Jahr 2017, komm gib ihm, Konsolidierung bullisch, Pullback bullisch, Konsolidierung bullisch, und so weiter und so fort, das ganze Jahr diese deutschen Finanzmarktanalysten morgens und abends Apokalypse. Also aber morgen, aber morgen, nee aber morgen ist Apokalypse, aber morgen ist Apokalypse. Na klar, irgendwann kommt dann der 30, 40% Crash. Nur die Frage ist, ist dann bis dahin die Börse um 50, 70, 100 oder 150% gestiegen. Und die Frage ist doch, warum hört denn der Kleinanleger die ganze Zeit darauf? Naja, ich stelle mir das so vor, ich höre morgens, oh Gefahr. Ich höre abends Gefahr. Naja, da muss ich ja die ganze Zeit hinhören, damit ich mitkriege, dass da Gefahr ist. Dann bin ich ja gewappnet. Also aus der gleichen Ecke kommen dann jetzt aktuell Aussagen, wenn der Dow Jones mal 150 Punkte zurückgeht. Oh, ist das schon Panik? Nein, Panik ist es noch nicht. Leute, das ist tendenziös. Das ist tendenziös. Das ist dem Kleinanleger Angst machen. Aber was sagt denn der Chart? Also, das ist der Dow Jones, der ist gestiegen. Okay. Nein, jetzt löst er schon wieder eine Konsolidierung bullisch auf. Jetzt kann man aber sagen, hey Hamed, weißt du was? Du bist gerade tendenziös. Du bist long. Du hast schon bei 12.600 gesagt, das ist long. Du hast schon beim Nasdaq unter 8.000 gesagt. Dann nehmen die 8.000 raus. Die Gegenrichtung 8.500. Du siehst das alles nur bullisch. Ich kann das nicht bestreiten. Ich kann euch nur sagen, ich habe meine Performance gezeigt. Ich trade live für meine Community. Die Leute wissen, was ich kann. Und ich sehe hier einen technischen Ausbruch. Plus, fundamental gesehen, werdet ihr jetzt sagen, also, wie kannst du das sagen? Guck dir das doch an. Deutschland steht kurz vor der Rezession. Heute plus 0,1%. In den USA sind die neu geschaffenen Stellen deutlich langsamer oder deutlich niedriger als vor einem halben Jahr. China wächst so langsam wie noch nie. Und so weiter und so fort. Und es wird keine Erholung geben. Das zeigen doch die Daten. Die Börse wettet nicht auf Daten, die sie schon kennt. Die Börse wettet immer auf die Zukunft. Schaut mal. Die Unternehmen haben hier ihre Prognosen gesenkt. Deswegen gab es auf den Kopf. So. Und dann haben sie ihre gesenkten Prognosen zweimal übertroffen. Die Berichtssaison in den USA ist fast zu Ende. Mehr als 70% der Unternehmen haben Zahlen gebracht, die besser sind, als von den Analysten erwartet. Nochmal sich klar machen. Immer noch schlechter als das Jahr davor. Wir wetten auf Erwartungen. Die Erwartungen wurden übertroffen. Also nicht so schlimm wie gedacht. Und ich darf vielleicht eines sagen. Ich habe vor einem Jahr einen Vortrag gehalten auf der WOT. Und da ging es nämlich darum, ob ein Crash voraus steht. Und dann habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der Dow Jones hier in dieser Range bleibt. Und dann wird entweder diese Range, die sich klar ausgebildet hat, nach unten aufgelöst werden oder nach oben. Und im Moment löst sie sich nach oben auf. Aber warum denn? Die Daten sind eingepreist. Die Quartalsergebnisse sind besser als erwartet. Modelle sagen, dass bei stark bleibender Wirtschaft Herr Trump wieder gewinnen wird. Mehrere Modelle sagen das. Ich kann euch da gerne nochmal ein Video machen und die Studien zeigen. Das sage ich jeden Morgen im Morgenbriefing unseren Premium-Klienten. Das Wachstum in den USA verlangsamt sich. Das heißt, Herr Trump weiß von seinen Beratern, hey, Herr Trump, du brauchst eine starke Wirtschaft, dann hast du eine gute Chance zu gewinnen. Und dann ist die Frage, wird Herr Trump eher dann mit China eine Einigung erzielen oder wird er dafür sorgen, dass die Wirtschaft schwach wird? Auch wenn er sich hinstellt und sagt, ich brauche keinen Deal. Er will wieder gewählt werden. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Deal geben wird, groß. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Zollsenkungen geben wird, eher groß. Jetzt kann man darauf wetten und sagen, die werden sich jetzt noch nicht einigen werden, sondern er wird die Einigung erst in drei Monaten bekannt geben. Und deswegen wird dieser Ausbruch ein Fehlausbruch wert. Dann, finde ich, wettet man nicht auf das Wahrscheinliche, sondern dann wettet man eher auf das Unwahrscheinliche. Und deswegen, im Moment preist der Markt eine Einigung ein. Die Aussagen von beiden Seiten, wenn Herr Trump schon darüber sich auslässt, wo er denn gerne den Vertrag unterschreiben möchte. Wenn er sagt, ja, die Chinesen haben uns gefragt, ob wir die Zinsen senken wollen, er würde sagen, die Zölle senken wollen, aber nicht die ganzen Zölle, das würde ich nämlich nicht machen. Also übersetzt sagt er nämlich, einen Teil der Zinsen werde ich vielleicht doch senken wollen. Und darauf wettet der Markt. Und der Chart, wer den Chart lesen kann, der bricht gerade aus. Der ist mehr Bullish. Der kann jetzt noch eine Weile konsolidieren. Denn die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung ist aktuell deutlich größer als für einen Crash. Meine Meinung. Bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, gerne abonnieren, gerne wiederkommen, Glocke aktivieren, damit ihr mitbekommt, über welchen Themen wir sprechen. Da kann man sich nämlich entscheiden, ob man es gut findet oder nicht. Gute Trades. Und dann sehen wir bitte. Untertitelung des ZDF, 2020